Joho und willkommen zu einem neuen Teil von Let's Play oder Let's Battle so gesagt, so gesehen, äh, Anfang verkackt. Yay, egal, scheiß drauf. Fang du einfach an, los. Äh, ja genau, also wir fangen gleich an, äh, ne, wir spielen jetzt gegeneinander wieder, doll und so. Ja, hier, League of Legends und wir hauen uns gegenseitig auf die Straße und haben schon wieder Helden, von denen wir überhaupt keine Ahnung haben. Ja, also Yuvi hat, äh, Yuvi spielt mit Mundo gegen mich mit Draven. Ja, Draven ist natürlich der absolut coolste, ich hab immer noch, ich hab ihn noch einmal gespielt bisher, ich fand ihn nicht so beeindruckend. So, schauen wir mal, was hab ich eigentlich hier für Skills. So, bla bla bla, macht mehr Schaden, ist total geil und ja, super. Macht auch irgendwas und ist auch total geil. Macht auch Damage, glaube ich. Ist auch voll super. Ah, okay, das ist natürlich cool, ähm, ja, dann haben wir hier, ähm, ja, und macht Damage und, hey. Ich hab ne Ulti, Ulti. Ich will Ulten. Ulti macht Damage, glaube ich. Meinst du? Ich glaub nicht. Glaube ich. So, mal gucken. Ja, wird schon. Das war eigentlich der, oder? Genau, das ist der mit dem, okay. Und das ist der mit dem, okay. Und das, okay. Ich hab'n Beil. Ich bin glücklich. Ich hab' zwei. Boak. Ach ne, ist der Nahkämpfer. Moment. Was macht das? Was macht das? Kann das was? Nein. Ich muss hier weg. Nein. Wie hab' ich das gemacht? Du spielst Mundo. Du musst ihn nicht verstehen. Mundo. Mundo muss man nicht verstehen. Der macht einfach Damage. Niemand weiß wie, aber er macht's. Achso, okay. Ich, äh, verstehe ja. Nicht. Ich muss aufpassen, ne? Wenn du deinen 1-Gil anlässt, dann verbrennst du die ganze Zeit dein Leben. Ja, das hab' ich gerade festgestellt. Wie war das eigentlich mit der neuen Passiv? Bei Draven weiß ich's ehrlich gesagt nicht. Seitdem hab' ich ihn nicht mehr gespielt. Komm. No. Das slow. Smooth. Smooth. Alter. Skillsshotten kann ich. Nicht. Hilfe. Abgedreht. Glück gehabt. Er verfolgt mich. Draven. Aber Draven ist eh der coolste. Draven ist wirklich der coolste. Weil er absolut eingebildet ist. Ich find das voll sympathisch. Das ist ja interessant. Na, oder? Hast gerade ein Ulti gelesen. Leut. Der hat sogar geschossen. Nein. So, erst mal vom Fluss wegschubsen und dann holen. Jawoll. Aber dieses Simpel, was ich mir geholt habe, wahrscheinlich nicht so richtig. Was denn? Cool dann mit Deutschen. Boah. Boah, ich weiß auch nicht. Das funktioniert so gar nicht. Das funktioniert so gar nicht. Was so? Nehmen wir mal das. Neun. Lass mich ein Rödel scheiß Tauer. Ich hab die Befürchtung und krieg jetzt gleich ordentlich auf die Schnauze irgendwie. Ich hoffe es auch. Ja. Also, ich bewirschte es nicht. Ich hoffe es halt. Oh, wie weit fliegt meine Axt zurück? Was ist da los? Das ist Draven. Mein Gott. Ja. Das sind meine Magic Aches of Magic Destruction. Huch. Doom. Das wollte ich eigentlich machen. Auf Doom. Doom. Doom Destruction. Jawoll. Doom ist aber ganz wichtig. Das ist mein Doom-Doom-Geschoss. Hehehe. 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 Ich kann ausgeschotten. Ich hasse übrigens Tanks. Ich bin Tanks-Spieler. Ich mag Tanks. Hamundo muss ich sagen. Hab ich auch noch nie so oft gespielt. Hab ich ein, zweimal gespielt bisher. Wir spielen hier als Jungler. Oder... Genau dazwischendurch. Arschloch. Hehehe. 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 Ich glaub schon. Hehehe. Hehehe. Ich glaub das trifft ihn relativ gut. Hehehe. Hehehe. So, was wir da drauf gehen. Also, ich hab's vorhin zu Balas schonmal gesagt. Aber Mundo hab ich mir wirklich nur aus einem Grund geholt. Nämlich um die Liste weiter voll zu machen. Also, die Heldenliste meine ich damit. Ja, ist ja okay. Also, Mundo ist schon interessant, finde ich. Aber ich müsste ihn auch mal öfter spielen, um ihn zu trainieren. Ja gut, wenn man Tanks spielen mag, dann ist der bestimmt genau der Richtige. Aber... Wenn nicht, dann sollte man's lieber lassen. Mit. serien, ja. Möw. Und dann liege dich. Das ist ja schick. Und dann tausend. so schade ja gut aber hier muss ich sagen sind meine wahrscheinlich meine siegeschancen wahrscheinlich etwas höher als dein das weiß ich nicht aber vermutlich ist es so weil ich halt doch als draven effektiver pushen kann als du wahrscheinlich als ja mal gucken da muss ich sagen hätte ich lieber irgendwie einen seilen gehabt oder so den habe ich zwar noch nie gespielt aber ich glaube der wäre mir da lieber gewesen ich finde die sprüche irgendwie kugel erdreben ist einfach so eine eingebildete sau für die super ich glaube der gladiator draven war es ja der sich auch erst mal so anjubeln lässt oder so sein und schlachten hat von schlachten irgendwas will mundo machen ich habe es nicht genau verstanden stimmt das könnte es gewesen sein ja weißt du das schockierend weil mundo das nur mal macht ne zum beispiel meine ulti da wollte jetzt zum beispiel hingehen hat er gesagt habe ich schon wieder nicht genau verstanden hat dann fucking power sollte vielleicht mal ausmachen den spaß verblasen und eigentlich ist das überhaupt irgendwas wird es ist auch Irgendwie nicht. Ja. Ja. Ich muss mir echt mal... Aber der Leibrick ist echt pervers. Ja. Da muss ich mir noch was gegen einfallen lassen. Ein Anti-Life-Rack-Item. Ja. Ja, gibt's ja. Ein Anti-Life-Rack-Item? Was denkst du da gerade? Ich weiß nicht mehr genau, wie das Ding hieß, was halt da so klaffende Wunden oder wie es heißt dann verursacht. Und Wunden verringern da die erhaltene Heilung um 50%. Ich hab aber vergessen, wie das Ding hieß. Ja, sag mir was, ich auch. Ja. Ja. Don't be jealous. Okay, ist ein mutige Büsse. Ach, da. Da ist Mundo. Wo ist Mundo? Mundo. Da ist er, wo er will. Achso. Ich hasse Nahkämpfer. Die wollen immer nah ran. Ich mag Nahkämpfer. Nur wenn man Fernkämpfer ist. Alter. Das war der Nullti, oder? Ja. Scheiße. Ich habe von Anfang an im Kampf mit drauf gehabt. Echt? Ja. Die ist mir erst zum Ende in extremer aufgefallen. Tänk dir wie ein Boss. Ja, du tankst mich hier zu Tode. Ich sollte den Scheiß vielleicht immer noch ausmachen. Nein, nein, lass ruhig an. Ist okay. Okay. Da kann ich mit leben. Ähm. Ach komm. So. Das ist wo Draven shines. Du musst ja alles bloß in Ruhe und schmeiß da nix hin, was soll das? Ich muss mich gerade echt konzentrieren irgendwie, um hier zu bestehen. Ich versuche gerade hier zu verhindern, dass du hier bestehst. Na, da hat er direkt der Ulti nicht ausgereicht. Ich habe auch irgendeinen mit drauf gesetzt. Damit du ja nicht mit deinem Ulti so viel rechts bist, ist mir schon aufgefallen, du Schwein. So. Okay, ich habe dich getroffen. Kackendreist. Du hast Draven verletzt. Wie kannst du es nur wagen? Was nehme ich als nächstes damit? Ich weiß nicht, was ich mir kaufen soll. Wenn du go this way. Ich habe einen Plan. Und bald kein Tower mehr. Passt schon. Dir fehlt auch ein Tower. Vor deinem Innit. Alter, was ist das für ein perverser Wreck, ey? Wie viel Schaden hat dir so die Thornmail gemacht? Was? 5,17. Du Penner. Aber trotzdem, dieser Wreck von dir, das ist ja pervers. Ja, die Ulti ist halt echt krass. Ich meine, du bist schon wieder voll. Ja. Scheiß Thornmail noch mit dazu hier. Ich habe mich so echt mies gegen Draven. Warte. Warum? Ne? Das Spiel verarscht mich. Warum? Was tut das? Es hat mich verarscht. Der Penner. Ach Leute, schießt die Tower. Und du Mundo. Wir sterben Mundo. Aber Mundo, Mundo. Mundo. Nein! Was? Die Tower kommt dagegen an. Das ist doch gelaufen, ey. Alter, wie krass ist der Life-Rack? Guck dir das an. Der ist pervers. Mundo ist krank. Du kannst auch rein auf Armour gehen hier. Das ist grünlich. Ja, aber trotzdem, dieser Life-Rack bitte. Ja. Also, das ist schon viel Dreck mehr. Das ist schon viel Dreck mehr. Das ist schon viel Dreck mehr. Das ist zweimal Lebensbalken wieder auffüllen. Wie? 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 Nein. Ich weiß nicht wieder. komm zurück angst zurück ich will es gar nicht sehen ich will es gar nicht sehen ich guck jetzt hier die ganze zeit mir noch das die items an alter vater ich bin gerade ein bisschen geflasht von mundo ich hasse juvie habe ich schon erwähnt ich hasse juvie ich auch übrigens du hast dich auch das folgt ja das war ja ein ungleich also sehr ungleich sogar der hat mich einfach tot gedrängt die sau ja das tut mir auf jeden fall sehr leid also sagst du so beendet damit hätte ich auch nicht gerechnet okay aber ich würde sagen leute das war es mal wieder für dieses battle das war jetzt erstmal in anführungszeichen das letzte battle nächste woche wird es keins geben da sind wir ja nicht da und können dementsprechend überhaupt ganz aufnehmen da sind wir noch unterwegs genau das bitte nicht vergessen und nicht auch nicht vergessen dass wir ja oft zu labern des sandra und bitte nicht vergessen dass wir nach dieser woche urlaub auch weitermachen ganz wichtig genau also wir sehen uns wir sehen uns nach unserem urlaub bis dahin leute ich will übrigens gerade tschüss ich auch tschüss